Nie verkehrt, gut abgesichert, mild blablabla, Abpflichtpassion und so weiter, schlacketot. Nordrohr, ihr Rohrdienst, nein! Bonner hat auch ein Rohr, damit kann er nur nichts anfangen. Servus! Was macht denn das jetzt gerade? Der will aber jetzt nichts von mir, oder? Ach ja, ich frag da nicht nach. Ich halt da jetzt nicht an und frag nach, was willst du von mir? Das haben wir früher mal gemacht. Wenn einer vorbei gefahren ist, haben wir mal kurz gegrüßt. Die hat sich dann die ganze Zeit gefragt, kenn ich den Vogel oder warum hat der jetzt gerade gegrüßt? Einfach so! Einfach so! Muss ich die fürchten? Kennen wir nicht so grüßt? Nein! Ich hab einfach so gegrüßt. Das gibt's hier auch! Alles klar! Nee, ist in Ordnung! Ich bin ein Ami-Verein. Da hab ich mich auch noch beworben. Ich wollte mich ja noch nicht haben. Okay, jetzt müssen wir hier raus. Wie soll es doch anders sein? Nach Hamburg will ich nicht. Nach Lübeck wäre nicht schlecht, wenn ich fahren könnte. Alles klar! Boah, da ist einer drüber gefahren. Da ist einer drüber gefahren. Hurra! Naja, fast. Da ist einer drüber gefahren, da hat er die Dinger kaputt gemacht. Also die orangsten, diese Spurzeichen, was am Boden war. Das ist ja geil, was ist das Plastikzeug da? Also, das ist eine drüber gefahren. Vor allem, ich brauche, das ist eine drüber gefahren. Das ist eine drüber gefahren. Oh, muss ich feststellen? Oh, das war. Oh, das ist eine drüber gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da kommt ein Arkerbus gerade vorbei Was bist du für eine? Kniff, Pfiff, Textile Raumgestaltung Nein, in rosa auch noch Ist das übel? Nein, wirklich Okay Rechts Warte Okay A1 Lübeck Zentrum Warum soll ich bitte schon im Zentrum runter, wenn ich ins Gewerbegebiet will? Oder ist das nicht im Gewerbegebiet? Ich meine, okay, wir haben nichts mehr viel Sprit, aber Das ist doch ein Witz, oder? Ich soll doch Zu einer Spedition oder was auch Da kann man jetzt einmal fahren Wie hieß das vorhin? Ich soll zum Penny fahren Bei Pennyladen Denke ich mal Hupala Bei Pennyladen Ich stehe doch bei Penny Jaja, Pennyladen Ich stehe bei Penny Oh, Entschuldigung Das war die Ladestelle Die haben mich schon gewundert Die haben mich schon gewundert War eine falsche Adresse Ich meinte eigentlich Lübeck Blablab Oh, Heimischblech So was nennt sich das Moment Ich kann ja nochmal Blätter lesen Papier Das ist genial Ich will aber nicht im Zentrum runter Ich hab ein 40 Tonner Ich hab ein bisschen UNESCO-Welterbe Anselstadt Lübeck Lübeck-Krafenbünde 28 Kilometer Und dann Ich hab' die Schönböcken In schönen Böcken Kann man schön blöken Hier bin ich nicht mehr Au Au, ich werde mich jetzt einfach mal überraschen, was das wird. Drei Kilometer noch. Konstin Kai, 22. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden, was du jetzt eigentlich willst? Lübeck Zentrum oder Konstin Kai? Lübeck Zentrum. Ja, noch fünf Kilometer haben wir da. Und so wie es aussieht, geht das in Parallelstraße zur Autobahn. Mach aber hoch nach rechts hier. Na ja. Ich brauch's ja nicht überholen, weil ich so runterfahren. Oh, ich werde jetzt wieder aufpassen. Boas Acht. Ich bin wieder. Oh, du bist kommst du. Oh, du bist ja nicht. Das war's nicht wahr. Oh, du bist du. Oh, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt aber nicht wieder als Auto. Oh, ich bin jetzt schon mal. Brauch mal rüber. Kommt näher her, Finnland. Ein Finnel! Ich würde es nicht probieren, wenn du ein Anliegen nimmst. Vorsicht! Na, Osserbrücke. Könnenlos. Oh, Kentucky, frittiertes Hühnchen. Ist doch geil, wo die Viecher herkommen. Ach nee, das war in Bremen. Oh, Fahrschule voraus. Oh, Kraus. Die Fahrschule fährt voraus. Oh, Puff. Oh, Puff. So, ein Kohl. Oh, oh. Achtung, Kohl. In der Johla. Das ist ein Scherz, oder? Stehe ich mitten auf der Kreuzung, komm net. Ich steh halt mitten auf der Kreuzung. Jetzt muss ich nur warten, bis die Eier hier... So, jetzt sind wir unten von der Kreuzung. Jetzt müssen wir da rüber, weil sonst...